Die Verordnung Nummer 343 2000 Drittel des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Unterzeichnerstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Unterzeichnerstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ist eine Verordnung der Europäischen Union, nach der der Mitgliedstaat bestimmt wird, der für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Die Verordnung wurde im Amtsblatt der EGL 5001 vom 25. Februar 2003 veröffentlicht. Sie trat im März 2003 in Kraft und ersetzte das Dubliner Übereinkommen, weshalb sie kurz als Dublini-Verordnung bezeichnet wird. Nachfolgend ist seit dem 19. Juli 2013 die Dublini-II-Verordnung in Kraft, Geltungsbereich. Bei Erlass der Verordnung wurden Dänemark zunächst gewisse Vorbehalte und Ausnahmebestimmungen eingeräumt, die das Land 2006 jedoch aufgab. Die Dublini-Verordnung gilt daher inzwischen in allen Mitgliedstaaten. Durch Vertrag haben sich zudem die Nicht-TU-Staaten Norwegen, Island und die Schweiz dem durch die Dublini-Verordnung geregelten Asylsystem angeschlossen. Inhalt Die Verordnung regelt, welcher Mitgliedstaat für einen im Geltungsbereich gestellten Asylantrag zuständig ist. Damit soll erreicht werden, dass ein Asylsuchender innerhalb der Mitgliedstaaten nur noch ein Asylverfahren betreiben kann. Welcher Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, wird durch die in der Verordnung genannten Kriterien bestimmt. Stellt der Asylsuchende dennoch in einem anderen Mitgliedstaat seinen Asylantrag wird kein Asylverfahren mehr durchgeführt, sondern der Asylsuchende an den zuständigen Staat überstellt. Das Rückgrat der Dublini-Verordnung ist die Europäische Datenbank EURODRC, die den Asylbehörden bei der Prüfung ihrer Zuständigkeit Anhaltspunkte dafür liefert, ob der betreffende Antragsteller bereits in einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt hat und oder wann und wo er illegal die Außengrenzen des Geltungsbereichs der Verordnung überschritten hat. Die Kriterien zur Bestimmung der Zuständigkeit folgen im Wesentlichen dem Grundgedanken, dass der Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig sein soll, der die Einreise veranlasst oder nicht verhindert hat. Danach ist ein Staat zuständig, wenn der Asylsuchende mit einem von diesem Staat ausgestellten Visum in den Geltungsbereich der Dublini-Verordnung gelangt ist oder wenn er über die Grenzen eines Mitgliedstaates illegal eingereist ist. Berücksichtigt werden aber auch humanitäre Gesichtspunkte, die vor allem im Grundsatz der Familieneinheit ihren Niederschlag finden. Reisen etwa Mitglieder einer Familie über verschiedene Wege in den Geltungsbereich der Dublini-Verordnung ein, werden ihre Asylanträge dennoch in einem bestimmten Staat gemeinsam behandelt. Asylantrag im Sinne dieser Zuständigkeitsregelung ist jedes Ersuchen um internationalen Schutz in einem Mitgliedstaat, das als Schutzersuchen nach den Vorschriften in dem Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge angesehen werden kann. Damit fällt in Deutschland der Asylantrag nach Art 16a ABS 1 GG Leben so darunter wie der Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach 60a BS 1 Aufenthalt SG Kritik Gelegentlich wird die Dublini-Verordnung als Umsetzung einer als restriktiv verachteten Haltung der Unterzeichnerstaaten gegenüber Asylsuchenden kritisiert. Die Staaten an den EU-Außengrenzen kontrollieren diese Grenzen streng, weil sie sonst für alle nachfolgenden Asylverfahren und die damit verbundenen Kosten zuständig wären. Oftmals versuchen Migranten dennoch die Grenzen zu überwinden, nicht selten in Abhängigkeit von professionellen Schleusern. Kritiker der deutschen Praxis verweisen aber auch auf den Ablauf des Dublin-Verfahrens vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass die Überstellung des Asylbewerbers in einen anderen europäischen Staat oftmals ohne Mitteilung an den Betroffenen vorbereitet und die Abschiebung des Betroffenen in Anwendung des 34a ABS 1 Asyl VfG ohne vorherige Androhung durchführen lässt. Die Dublini-Verordnung ist aber auch wegen der nicht in allen Staaten gleichermaßen erfüllten Asyl- und Sozialstandards in der Diskussion. Das war in der jüngeren Vergangenheit bei Griechenland der Fall, also wenn Asylbewerber aufgrund der Dublini-Verordnung nach Griechenland überstellt werden sollten. Angesichts vieler Auskünfte dahin, dass den Asylbewerbern in Griechenland der Zugang zu einem geregelten Asylverfahren und einer den europäischen Sozialstandards entsprechenden Versorgung nicht gewährt wird, wurden seit 2008 Überstellungen von Deutschland nach Griechenland von einigen Verwaltungsgerichten ausgesetzt. Schließlich hatte das Bundesverfassungsgericht Überstellungen nach Griechenland beginnend mit einer Entscheidung am 8. September 2009 vorläufig ausgesetzt. Zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache ist es dann aber nicht mehr gekommen, weil das Bundesinnenministerium zwischenzeitlich erklärt hat, alle in Deutschland gestellten Asylanträge, die nach der Dublini-Verordnung eigentlich in Griechenland zu bearbeiten wären, bis zum 18. Januar 2012 zu übernehmen. Eine solche Übernahme des Asylverfahrens ist jedem Staat im Wege des sogenannten Selbsteintritts möglich, vorausgesetzt, dass bei ihm ein Asylantrag gestellt wurde. Mittlerweile haben die deutschen Verwaltungsgerichte auch hinsichtlich anderer Dublin-Staaten Vorbehalte. So hat im November 2010 erstmals ein Verwaltungsgericht mit der Begründung ungenügender Sozialstandards die Überstellung eines Flüchtlings nach Italien ausgesetzt. Die Umstände, unter denen selbst anerkannte Flüchtlinge in Italien untergebracht und versorgt werden, sind durch einen von Pro Asyl veröffentlichten Bericht dokumentiert. Von großer Bedeutung für die Dublini-Verordnung ist das Urteil der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 21. Januar 2011. In dem Fall ging es um die Abschiebung eines afghanischen Staatsangehörigen von Belgien, der dort einen Asylantrag gestellt hatte. Das belgische Ausländeramt ordnete die Überstellung des Beschwerdeführers nach Griechenland an, wo er einen Asylantrag stellen könnte. Der Gerichtshof sah die Überstellung des Beschwerdeführers von Belgien nach Griechenland aufgrund der Mängel im dortigen Asylsystem als erniedrigende und unmenschliche Behandlung im Sinne von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention an. Gleichzeitig wurde Griechenland wegen der dortigen Haft- und Lebensbedingungen für Asylwerber verurteilt. Siehe auch Asylpolitik der EU.